Ja, so, ich mache ja jetzt auch Umbauten, genau an derselben Maschine, das hat genau die Umbauten schon, ja, vielleicht ein Tourer dann schon, ja, verkaufst du das Ding wieder für 14, ja, kaufst du es für 15, verkaufst du es für 14 und, ähm, ja, dann paar tausend Euro drauflegen, kannst du dir schon eine Touringmaschine dann kaufen. Darfst du auch in dem richtigen Motorradclub auch eine Ninja haben, klar. Wie gesagt, es gibt Motorradclubs, die haben keine Einschränkungen. Freeway Riders, Gremium. Gengis hat mir eine 2020 Harley-Davidson Roadglide Special gekauft, wollte was umbauen, kannst du mir etwas empfehlen. Ja, so, ich mache ja jetzt auch Umbauten, genau an derselben Maschine. Ich mache den Lenker, den Luftfilter, den vorderen Fender, das Mapping und das Vorderrad. Das lasse ich mir umbauen, ne. So, kommt halt immer darauf an, wie viel Geld du ausgeben möchtest für Umbauten, ne. Also, ich sage mal, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt nur Kleinigkeiten machen willst, ich würde mit sowas wie Lenker und Luftfilter würde ich anfangen. Äh, Roadking Vergasermodell, Erstzulassung was? Erstzulassung, äh, siebte 2000. 288 Kubik-Inch. 88 Kubik-Inch? Okay. Ja, weiß ich nicht. Guck mal, die Sache ist, hier, das ist an den Freund mit der Roadking gerichtet. Guck mal, wir gehen mal kurz mal bei Harley auf der Seite, ne. Weil, dasselbe Problem, was du hattest, das hatte ich ja auch, ne. Ich habe ja auch überlegt, hole ich mir lieber was günstiges, gebrauchtes oder kaufe ich mir was Neues, ne. Und jetzt will ich dir mal was zeigen. Du kriegst eine, du kriegst eine Streetbob. Warte mal, was macht denn die Softdill-Standard? Muss ich mal eben gucken. 14. Was kostet die? Äh, große Streetbob. Ja. Guck mal, du kriegst eine Streetbob ab 15.000 und die hat dann schon den neuesten Motor, den Milwaukee 8, 0 Kilometer, mit dem 114 Kubik-Inch-Motor, ja. Dann hast du, ähm, bei der Softdill-Standard, die würde ich mir nicht holen, aber die kostet nur 14, ist immer noch eine neue Maschine. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die hat den 107 Kubik-Inch-Motor. Worauf ich auf jeden Fall hinaus will. Du legst 3.000 Euro drauf, du legst 3.000 Euro drauf und hast ein nagelneues Motorrad mit 4 Jahren Herstellergarantie, äh, einem viel dickeren Motor und danach kannst du mit der Maschine noch alles Mögliche machen, wie du, was du willst, ja. Wenn dir das Heck zu oldschool ist, kannst du das Heck machen lassen. Also, du kannst, ne, du kannst dich austoben. Die Streetbob ist ein gutes Basismodell. Und die hat schon den 114er Motor, Alter. Die hat dieselbe Motorisierung wie meine. So, deswegen weiß ich nicht. Und da reden wir hier von 3.000 Euro Unterschied. Für 3.000 Euro Unterschied, eine Maschine mit 0 Kilometern und 4 Jahre Werksgarantie, das ist halt für mich Argument genug, keine Gebrauchte zu holen. Eigentlich kannst du solche, und guck mal, das Motorrad ist 21 Jahre alt, was du dir dann da kaufst, ja. Das ist halt, ja, 21 Jahre, das darf man nicht unterschätzen. Deswegen, ähm, würde ich, äh, würde ich dann lieber nochmal ein bisschen sparen, ja. Wenn dir das Geld fehlt oder was, ist ja nicht schlimm. Spar einfach noch und kauf dir dafür lieber, äh, ein ganz neues Motorrad. Kannst du schnelle Autos abziehen mit dem 114 Kubik-Inch-Motor? Jaja, safe. An der Ampel auf jeden Fall. An der Ampel auf jeden Fall. Und du kannst Luftfilter und Nockenwelle machen lassen und dann, äh, lässt du auch jeden AMG an der Ampel stehen. Ist deine finanziert? Wie sind die Konditionen bei Harley? Äh, ich hab keine Finanzierung bei Harley. Äh, ich hab, ich hab einen Barkauf gemacht. Aber wenn du finanzierst bei Harley, kannst du, äh, geben die, glaub ich, 4,99% oder 5,99%, ich weiß es grad nicht. Ist aber, äh, wenn du dich für Motorradfinanzierung interessierst, klingt auf den ersten Moment teuer, aber für eine Motorradfinanzierung ist es relativ günstig, weil viele Banken, äh, bei einer Motorradfinanzierung dann trotzdem nicht so einen guten Zins geben. Ist irgendwie ein bisschen behindert. Für Auto kriegst du einen niedrigeren Zins, ne, aber für Motorrad halt zahlst du mehr. Keine Ahnung warum. Ja, kein Problem. Ich stand halt vor demselben Problem wie du. Und, ähm, es hat für mich keinen Sinn gemacht, ne. Auch gerade, wenn du jetzt über den Wiederverkauf dann nachdenkst irgendwann, ähm, hast du halt auch kaum Wertverlust, ja. Du hast dann immer noch eine neue Maschine mit ein paar tausend Kilometern drauf, kannst die verkaufen, fast zu deinem Einkaufspreis, den du, den du hattest, und, ähm, kannst dann vielleicht ein paar tausend Euro drauflegen und dir die nächst größere Maschine von Harley kaufen, ja. Deswegen, äh, also ich kenne viele Leute, die haben sich bei Harley langsam reingesteigert, ja. Das, das erste, also die erste Hürde, die, die erste Harley ist die größte Hürde, ja. Das Geld dafür zusammenzukriegen bei den meisten. Aber wenn du, ähm, wenn du die erste Harley erstmal hast, dann hast du eine stabile Wertanlage und auf der kannst du aufbauen, ja. Dann kannst du das Ding nach zwei Jahren verkaufen, in der Zeit sparen und legst 4.000 Euro drauf oder was nach den zwei Jahren und kaufst dir halt, ähm, ja, vielleicht ein Tourer dann schon, ja. Verkaufst du das Ding wieder für 14, ja, kaufst das für 15, verkaufst das für 14 und, ähm, ja, dann ein paar tausend Euro drauflegen, kannst dir schon eine Touring-Maschine dann kaufen. Und welche Maschine hast du, Gengis? Äh, ich hab die hier, warte mal. Ohne Momento. So, so. Ich hab die hier. Und da lass ich jetzt aber ein bisschen was machen dran, ne. An der. Hier dieses, das Blech hier vorne, ne, den Frontfender. Der wird geändert. Dann kommt ein größeres Vorderrad drauf. Ein höherer Lenker, ne, ein Ape-Lenker. Ich zeig euch mal. Road Glide. Dann kommt halt so ein Lenker drauf. Warte mal, welches nehmen wir? Hier, das hier. Ne. Der Lenker kommt drauf bei mir. Dass man die Maschine halt so auf Schulterhöhe hat, ja. Find ich ganz nice, den Lenker. Ja, und dann bin ich am überlegen, ob ich 21, äh, ob ich den 21 Zoll Frontfiel mache. So wie hier dann quasi, ne. Vorne eine größere Bereifung. Der hat auch Lenker und Reifen, ne. Und Luftfilter. Guck mal, das ist genau das, was ich auch mache. Lenker, Reifen, Luftfilter, den Fender. Das hat genau die, die Umbauten schon. Oder halt, ob man richtig auf die Kacke haut und den 26 Zoll nimmt, ja. Das ist halt, das ist dann halt so. Finde ich, sieht halt auch geil aus, ja. 26 Zoll sind schon, sind schon Killer. Ich hab mir aber sagen lassen, dass die Maschine aufgrund der Bereifung dann nicht mehr so stabil fährt, ja. Ab 140 fängt dann die Kiste wohl an zu wackeln. Bei dem 26 Zoll Reifen. Deswegen hab ich überlegt, doch nur den 21 Zoll zu nehmen, ja. Und dann halt, und dann halt hier mit diesen, mit diesen Big Spoke Felgen, ja. Das sieht dann schon ganz fett aus. Hier, und das ist dann halt der andere Fender, ne. Hier, das ist der andere Fender. Der kostet hier bei Motea 184, bei Harley Davidson kostet der 900. Und dann hast du hier halt, ne, hier, das ist der Klassische, ne, sieht halt so ein bisschen Altbacken aus. Und das hier ist dann halt der Moderne, ne. Sieht halt schon besser aus. Haben die ja auch alle hier, ne. Ja. Siehst du ja hier, das Ding auch. Sieht einfach besser aus. Das andere Ding ist so groß und breit und so. Sieht noch nix aus. Ja, aber im Gegensatz zu Autos, ne, macht ein Luftfilter bei einem, bei einem Motorrad halt schon viel aus. So. Äh, Luftfilter, Mapping muss dann, muss doch dann auch. Ja, richtig. Mapping wird auch gemacht. Auf dem Prüfstand von Powervision. Ja, deswegen bleib ich ja bei 21 Zoll. Der Ape ist, glaube ich, 14 Zoll. Weiß ich aber grad nicht. Du darfst auch in dem richtigen Motorradclub auch eine Ninja haben, klar. Wie gesagt, es gibt Motorradclubs, die haben keine Einschränkungen. Freeway Riders, Gremium, Brothers. Soweit ich weiß, kannst du bei denen allen fahren, was du möchtest. Und das in ganz rot war dope. Ja, es, es gibt, also gerade bei den Bäckern gibt es schon sehr viele krasse Motorräder. Das muss man einfach sagen. Aber ich muss wirklich sagen, 21 Zoll ist so, das ist so der beste Kompromiss, ja. Zwischen Fahrtauglichkeit und gutem Aussehen. Das ist so der beste Kompromiss, 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017